Das ist Mike. Mike gibt alles. Immer und immer wieder. Und er lässt sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen. Nicht einmal durch den Verkauf seiner Immobilie. Mike hat einen Remax-Makler, von dem er vom Anfang bis zum Ende umfassend betreut wird, damit er im Training immer das Beste geben kann. Okay, fast immer. So wie Mike brauchen auch Sie einen Immobilienmakler, der Ihnen die Last abnimmt und Sie tatkräftig unterstützt. Relax mit Remax.